Hey Freunde, Willkommen wieder zu einer neuen Folge von The Walking Zombie Squad. So, wir gehen direkt los. Wir müssen das Date vorbereiten mit Chica. Da haben wir natürlich Zombies zu beseiten. Wie immer halt. Zombies stören. Hey, Feuerwehrmann. Die sind hartnäckig. Das mag ich gar nicht. Gehen wir hier hin. Naja, zack. Ok, so. Finde den Wein. Finde den Wein. Diesfach bestimmt. Finde die Kerzen. Wie die Zombies auch immer, uns halt irgendwas ruinieren wollen. Ja. 2x. 2x. Und hopp. Komme ich hier lang? 2x. 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 3x. 2x. 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 3x. Mite. 38x. 1x. 3x. 3x. 1x. 4x. ich hasse fallen ok aufgeräumt und hopp, Tür auf Resets explodieren oder? nehm ich mit ok wo kommst du jetzt her? ah von hinten ok brenne die Haube ah hier verbrennen die ganzen Zombies was hier aufgehangen wurde selber da hier zue ich ab nehm ich mit nehm ich mit nehm ich mit nehm ich mit dankeschön tschüss hier weh mit hier reden wir nicht egal müssen wir da verleben und gehen wir erst mal hier hin zum Händler müssen natürlich abbeut das Zeug laufen immer zu Powell er ist da hinten steht immer in dem selben Spot der Powell wird dir ne Dusche empfehlen Wir konzentrieren uns aber erstmal auf die Aufgaben von Chica mit unserem Date. Und schwapp, Tür auf. Hi, Date. Das ist die Überraschung. Wir vorbereiten das Date. Wirklich doch, wenn ich sage. Ach, guck mal, Chica ist hier. Oh, wie süß von uns. Wie süß. Schönes Lagerfeuer. Eine Kerze. Die Blumen in der Kirche. Schön schlafen, die Zombies. Nein, die schlafen nicht. Boah, Alter. Ich hätte Kerzenstörner richtig erschrecken. Zombies, ich habe keine Zeit. Ach, Zombies vernichten. Die Zombies sind bei uns unser Date-Ruinier. Oh, Alter, alles. Natürlich, Sim-Sim. Oh, nee. Lege die Blumen auf die Decke. Okay, machen wir mal ganz schnell. Los. Da habe ich immer noch meine Waffe in der Hand jetzt. Wenn hier keine Zombies draußen sind. Hier. Oh, wie süß. Du siehst wunderschön aus. Du siehst auch sehr gut aus. Du hast das hier alles sehr schön zu. Echt gemacht. Danke, ich habe mein Bestes gegeben. Soll ich dir einen Witz erzählen? Bitte nicht. Na, na klar. Ein Priester und eine Robby stehen auf. Ein Priester und der Priester sagt. Scheiße, Zombies. Lauf. Das gehört nicht zum Witz. Lauf. Lauf. Renn, Chica. Wir müssen Chica beschützen. Wir müssen Chica beschützen. Auf einmal ist es mit dem Tag. Wer jetzt erwartet. Und ein Hündchen kommt. Nein, Hündchen. Wir spielen jetzt nicht. Genau so einer. Ja. Hör weg. Lege die Leiche auf den Wagen. Ausdauer-Typ gehört. Der Böse. Das ist jetzt egal. Wir lassen die Zombies einfach Zombies sein. Ansonsten fassen wir uns an. Irgendwer hat sich das angehört, wenn hier ein Zombie schläft. Hoffentlich sind es nur zwei Leiche. Das ist halt mal ein Problem. Glück. Noch nur zwei, drei. Schwupp. Was immer. Gehe natürlich erst so. Hier rein. Immer. Zum Händler. Zack. Wupp. Kaufen. Zurück. Jetzt gehen wir zu Powell. Powell tut mir leid. Ich habe die Sertaten gefunden. Es ist aber död. Bedingungen. Okay. Jetzt gehen wir zu Plowen Gang. Den Chica. Und unser Date. Big Man. Und das war's. Ah ne. Jetzt sind wir mehr. Ich kenne da einen Ort. Da können wir hingehen. Liebende. So. Liebende. Okay. Die Frau snipet. Uh. Oh mein Gott. Wow. Das wollte er sagen. Oh mein Gott. Platsch. Nice. Er ist verliebt. Gibt's einen Kuss? Ich bin allein hier oben. Okay. Hier in den Untergrund. Moin. Bei mich kann's sagen knabbern. Oh nein. Uh. Ab in den Pool. Oh lala. Wir haben ein Day. Tanzen. Oh. Oh. In der Abholkünfte. Schön. Zwei Stunden später. Ah. Der Pool war geil. Geil. Ich kipp. Jetzt haben wir zu viel gesoffen und liegen dort. Die Sonne blendet extrem. Wir haben Park. Hart. Noch nie so gesehen. Bedingung. Uh. Der Soldat. Unser alter Knacker. Und Paul, der, der, der was ein bisschen stinkt. Sollte nicht jemand etwas sagen. Ich kannte sie nicht. Sag du etwas. Im Namen des Vaters, des Sohnes. Und... Ja. Immer werde ich zurückgelassen und mir ist langweilig. Ausdauernder. Ausdauernder Freak. Wie ich die hasse. Tja. Die atmen so extrem. Also natürlich Ausdauernder. Zombies, die können wir ignorieren. Solange wenn kein Ausdauertyp da ist. Sehr. Vielleicht sind wir wieder zurück. In unserer hübschen Militärbasis hier. Würde ich sagen. Also Lager. Eher Überlebensgern. Wir gehen zu Paul. Paul. Ich komme. So, hallo Paul. Gehe nicht näher ran. Sonst stinke ich auch. Beten. Na toll. Wir müssen also wieder auf Friedhof und nochmal beten für sie. Okay. So, gehen wir erstmal zur blauen Gang. Ich verbringe gerne meine Freizeit mit dir. Ich auch. Du bist genau die Art Mann, mit der ich den Rest meines Licht verbringe. Was meinst du? Willst du mich heiraten? Nur eine kleine Hochzeit. Wir laden ein paar Freunde ein. Zu früh? Nicht wirklich. Du bist verliebt. Ich bin verliebt. Und es hält nichts auf. Oh mein Gott. Okay Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst ein Abo. Like. Und ja. Im nächsten Video kommt die Hochzeit. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.